Willkommen, mein Name ist Daniel P. Und mein Name ist Mario Master. Willkommen zurück zu Let's Play Mario Party 8. Dem letzten Part. Ja, Mario ist Marathon. Das ist nur für einen Spieler. Und zwar machen wir das so. Ich und Daniel P werden beide spielen. Und zwar, ich fange an. Wir sagen, boh schnell nehmen. Ja, dann müssen wir eben wechseln. Wo? Wo? Das weiß ja niemand hier, was los ist. Ja, sonst weiß ich nicht. So die ganze Nation ja verwirrt. Ja. Aber wie gesagt, ich fange an und danach ist Daniel dran. Da lege ich voll drauf. Oh. 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 Hallo. Oh, mit null PKT. Der kommt so lang. das machen wir uns erst bei marius marathon in ziemlich möglichst hohe zahlen und wert ist komisch bekamst du bist du 1000 punkt erreicht sind also maximal 10.000 punkt erreicht ein stück weiter richtung stirbst du abcd oder die scheibe okay ich mir allein also gesagt dieses mal sind nur mein geld und dann gleich nur mein lp aber ich weiß so schwitzen das ist es stimmt sogar Nee, ist gequietschert. Das hört sich so falsch an. Es wird nicht einfach so... Ich habe so einen Klampstuhl und sitze. Das ist doch anstrengend. Let's see. Hobby Trainer! Yeah! Sehr gut. Haha! Wohoo! Und er flattern ein weiterer, genau. Flatterflatterflatterflatterflatterflatterflatter! Bumpy! Bumpy! Ich wusste gar nicht, dass du fliehen kannst. Vogel! Okay, was jetzt? Vogel! Alpin-Anarchie! Alpin-Anarchie! Das kann ich! Nicht. Ah! Ah! Ja! Time for skills! Ich bin ein Büro, der gerade sein als Snowboard-Humpf! Hei! Hei! Heee! Kummer-D Watanier-Irn-Gdemortal! Ich bin da eins zweijer! Alle zwei... Ich habe eigentlich 25 Fail councils, aber egal! ich glaube, man steh eyelid了吧 ja gleich da habe ich den schönen haben ich bin schon immer am besen sie sind gefährlich das sind seine hände sind die hände ich nehme da haben noch keine wir sind doch nicht lebendig die haben noch keine seele warum es nicht einmal gegen den schneepang gefahren ich bin ein snowboardkönig 1000 punkte man lohnt mich runter stirbt ich kann die erste machte ich kann schweben lassen ich bin schon das wird leicht aber nicht noch schwer eine spieler ich sehe mir ist es müsste ich gleich gleich voll die schädlichen spieler und ich hab ja jetzt da kriegst du nicht nein nein ja 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 jetzt werfen willst aber jetzt da war daneben ja warum wirst du noch sagen doch noch was ich wollen irgendwie daneben werfen dass ich 16 hatte die stadtspieler ich bin ein stammspieler ich sehe schon die regenbogen nicht die ballon sieht man nur wenn man ganz weit schießen dann schießen und bloß nicht die 20 also ja die jene hat man vielleicht noch nachlegen 1.320 155 und 1.500 aber das war das vierte spiel nur homeruns sehen nur I'm not going to mind it was the way Ja, das ist nicht so, dass ich mich nicht verletzt habe. da wollten da hast du es aus der homeruns ich bin sehr stolz auf mich homerun können ich glaube ich habe sobald gegen die frische bekommen 4.000 mit bald so weit oben kann die himmels feststellen ja genau wie er geht es dann kommen die fische und wenn er bekommen auch fische zeichen teiler dann teilt mal die zeichen wenn sie teilen mein leben weil ich gesagt halb mal die zeichnung negatoren ektoren grün 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 gr fusionsreaktor du hast einen verfehlt das habe ich genau gesehen das war nicht perfekt ich habe voll gesehen mit der eile pinkeleih reingegangen ist machen der storchter das kleppte der adler ja da ist kleppte die scheibe noch mal trinkreiche treppe kommt mir nicht bekannt vor das ist ein so ein wenig spiel bewegen ich muss damit ja auch die kamera bewegen ach du scheiße das ist das dass ich ein winkel gespielt das schaffst du schon man sieht man auf dem boden fuß da geht auch ein bisschen schneller hat die schnauze macht ja jetzt gar nicht vom boden runter kommen ja was er da rumlaufen ja viel gemütlicher gibt es noch nicht die krise ich will aber ich bin ich will ja der stunde ganz schön groß und jetzt sagen wir ganz von vorne anfangen halt in den mund 1 5 das ist schlecht das spiel ist aber auch scheiße ich mag es nicht gespeichert das spiel gespeichert geile freizeit kraxler war gar nicht so schlechter aber es war nicht gut genug wollte er sagen das war die tue gesehen ja das marie cooper der test die scheibe Hohoho! Mein ganzes Leben ist voller Schmerzen. Er kommt in deinem Traum und holt dich. Er tötet dich mit Freundlichkeit. Sein Grinsen tötet auch. Er wird freundlich. Sein Grinsen ist so breit wie sein Bauch. Oh, was? Komm, wir machen ein paar Mario Kart 10 hier. Ja, vielleicht kommt das ja auch demnächst, wenn du auf dem Kanal. Das ist ein wenigstens ein Pils ein. Ich werde dann bestimmt nicht Mario Kart hochladen, weil ich dann immer verlieren werde gegen dich. Zwei jedes Mal. Das ist nicht wahr, als wir irgendwann mal einen Charakter spielt haben, da hast du auch mal gegen mich gewonnen. Ja, ja. 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 Woohoo! 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 Ha! 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 Wunderbar. Ha! Ha! Wunderbar. du warst in der VSika, verlassen hat den unterpassen also unsere welt hast du schon lange verlassen hallo tod besser auf und davon muss man bei ihr beteiligen ein neues zuhause und gleich landen und jetzt und gar nicht gar nicht gern abwehrgigant ja ich bin jetzt glaube ich schon bei 8000 ich wusste wahrscheinlich soll nicht durch die bauwatt hoch ja 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 natürlich verdammt lado wie wenn die す Naaah, aber... Scheiße! Geist... Plastiiiick! Weißbrot. Warum hab ich den eigentlich nicht ein einziges Mal gemacht? Warum hab ich dein Charakter nicht Weißbrot genannt? Wellenjockey! Ich bin ein Wellenjockey! Hey! Wann gibt's denn Pferde in den Wellen? Hey, kriegt jeder Cookie, werde ich erreichen. Oh! Oh, 9000! Ich bin... I'm over 9000! Was war das Problem? Okay. Oh, wir sind deine Punkte. Kometenjockey! Woo! 9000 und 19 Punkte! Woo! Oh, zwei Cs ist aber ganz schöner Schandflecke. Boimt! 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 Uff! Also mal... Ich hab 9000 und 19 Punkte. Oh, Mann! 1000! Und ich werde jetzt 10.000 Punkte treffen. Dann wird's gleich mal sehen, ne? Aber dann wird's gleich mal sehen, ne? Ich nehme dich! So, mal sehen, wie ich uns abschneide. Ja, jetzt ist Danilo Elf heran und ich bin raus! Aus der Tür! Raus! 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 doch arbeiten werden weg schneemann dabei zeit das geht nicht darauf die schnee ich wollte nicht haben irgendwie drückt aber passiert nicht und wir haben jetzt gehört hier für die 60 skateboarder ich bin mir ein schiefer anstatt ein skateboarder snowboarder meint ja ich du skateboard im schnee habe dort dagegen deswegen bin ich ja nicht so gut darin klappt schon die ersten punkte schon bei den paren was geht mein leben ist nicht komplett ich muss die ganze diese schüttel halten der war und immer und immer und immer spielst du da 15 glaube ich ja aber ja weißt du nicht so schlagen ich habe richtig geschlagen wie ein richtiger schläger war ich doch auch ein bisschen länger sch FERixa platz um verdoppeln canowie lap club 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 wir schon bald bei dem machen wir sind so ein paar haben die behinderung so wie oder was so also nicht so das universum ist meine hand okay dann bin ich nicht gut nein 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 eine neue nukleare explosion aufgelöst und das war es dann mit dem universum was uns alle in den tod tut mir leid kollegen ich habe das universum getötet du bist ein kohlekraftwerk wir könnten mir verzeihen das universum du bist ein kohlekraftwerk im fusionsreaktor im spiel du bist ein paar kuppers dabei sind so power test ja baby zeigt mir deine mario kraft skills ja die nicht da sind wirst du jetzt leicht sehe ich meine andere richtung was war auch gesehen erste gesehen wie wir sehen wie gerade ich fangen kann fest auf gras das ist geil das grüße ich so ja da war da geht nicht weiter ja ja ein paar wodka ist ja bevor ich hier angefangen habe ich habe das war gut das war nicht gut das war sehr gut das hat drei sekunden langsam als bei mir das gibt keine drei sekunden dafür so viel scheiße gemacht war doch noch gut so es kommen wir wissen fahrschüler wie zählt gibt der gleiche kommen wir bloß hier hoch die roten parkupas das traurige jetzt hier weiter wir nach oben gehen der typ wird immer höher sein das regt mich irgendwie auch der fliegt immer ein bisschen höher als wir egal wie er heißt der jagt meine albträume ich muss nicht bisschen wieder nicht die bauzertore berühren nein ich bin nur die bauzertore hier soll joshy tor nein warum nicht joshy tor gibt dir tausend punkte monje Nein, die 50. Nein, die 10, die 20. Oh no. Okay, du hast schon mal mehr Blut, den du spürst, als ich. Ich hätte einen B gehabt. Ich habe mich nicht so viel getroffen. B. Du bist auch ein Wellenjockey. B. Wellenjockey. Oh. Das machen wir ja nur um den Typen einzuholen, der frichtet die ganze Zeit vor uns. Wir versuchen einfach nur hinein zu holen. Ich stecke mal jetzt so drauf. Okay. So ist ja dann, wenn ich meine Eile, eine Eilige. Okay, ich bin Punkte schießen. Die 100. Die 100. Die 100. Die 100. Sag, was. Oh 1330 glaube ich 1320 hatte ich so schlecht tue ich nicht absteigen wie ich gedacht der scharfschütze scharfschütze ist viel besser ich bin adler kann überhaupt nicht daneben eine adler auge wenn den adler aus hat aber nicht eine knarre scharfschütze hat immer eine scharfschütze und das nehme ich ja ich habe die fähigkeit kann nicht gesenkt werden bringt aber nicht so ein pistola ein bisschen adler wir haben keine piste dabei ja voll oder dabei voll erschreckt mit adlers durch die gegend fliegen mit der lüfte also weil ich wollte nicht üben nein so ein idiot ja ja ich war nur die steuerung kurz angucken muss die kamera drehen dann bleiben wir nach oben klettern ich will ich drehen so eine richtung ja genau du schaffst das nicht fair spiele schiedlichter spiel stopp der macht nicht fair ich bin auch ungefähr regeln warum doch nehmen als viel schneller als ich ja ich habe eine minute gebraucht du bist ein profi werk steiger ich bin ich bin ein hobby krachslau die können jodeln du bist bei 6000 geil der test der achtete ist noch kleine spiele macht hatten wir noch nicht was geboren hat man das ok das machen war ja mach sich bereit zu schwitzen ja ok immer wieder und eins die beiden ja und dann schicken wir sonst können wir umgeben also wie in hart schon hüpp 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 füßen und überschneiden sich ich darf überschneiden sich weiß ich gar nicht aber da ist das dann war ich auf jeden fall ja 나가 muss dem waschen lassen jeder hat mein alter name aus der schule was geht der neunte test ist bereit und die scheibe jetzt zweimal tausend punkte kriegen kannst du dich einholen noch wirklich passieren kampf den untertassen ist das von meinem planeten ok ich bin gespannt es können dinosaurier auf dem mond nehmen und geister das ist einfach mit gehauen mit abgehauen sagt man kommt die schnell 49 hatte 49 durchschnitt abwehr diese dreck geschichte 8000 doch eigentlich müssen noch machen weil dann 8000 krieg da nur noch 9000 ich möchte einfach nur haben auf zum letzten spiel in diesem projekt mit basketball spiel sein herzlich willkommen beim absoluten finale dieses projekt 1 werden mit dem basket wie emotionslos hat michael johann michael johann michael johann michael johann michael johann ich kenne michael johann ich habe hier noch nicht weil sie gute basfordspieler schreckliche rausspieler dazu 15 gehabt ja ja ich weiß es ist eigentlich gerade erst nur oder hatte ich ein mehr als du bist ein stamm spieler ich bin auch ein stamm spieler stämmer stimmte 150 punkte hoch du bist an den flyer ist vorbei und du kommst nicht mehr bis kam ich habe noch nicht alles das haubert hat du kannst ja auch 1678 ist gar nicht mal soweit weg von mir da sind unsere letzten karten ein und dann war es ja ich hoffe es hat euch gefallen ja uns hat es nämlich gefallen wir haben viel gelacht werden wie gemeint viel geschrieben und viel geflucht sie geklagt ja also tschüss ja und bis zum nächsten projekt